Warum antwortest du nicht? Hey! Sag meinen Namen. Sag ihn mit deinen zarten Lippen. Warum möchtest du nicht sagen? Es ist ja nicht so, als könntest du nicht sprechen, oder? Du machst ja die ganze Zeit von nur um Eiern und Kutschi Sorgen. Was ist dir passiert? Was ist dir? Sie starb. Ich verstehe. Das Mädchen ist nicht mehr länger in dieser Welt. Wie schade aber auch. Und dabei ist der Zauber noch nicht einmal vollständig. Du denkst, ich habe sie getötet? Das Mädchen wie ich, das nicht länger unter Gottes Schützender Hand leben kann, hat keine andere Wahl, außer solche Dinge zu tun. Also mit dem verbotenen Handeln und sowas. Das Siegel auf dem Amulett, welches ich benutzt habe, ist immer noch nicht verschwunden. Wenn ich es benutze, kann ich die verfluchte Person denselben Schmerz spüren lassen, den ich spüre. Das Leiden, das ich durchmachen musste, als ich mich von Gott abgewendet habe. Den Schmerz, den ich fühlte, als du mich betrogen hast. Was ich gefühlt habe, als ich dich betrogen habe, war mein Hass gegen Ayano Kuchi. Wenn ich diesen Schmerz zusammenzähle, werde ich über die Person erfahren, die ich ausgewählt habe. Es sollte ziemlich schmerzvoll sein, oder? Sie wissen, dass kein Arzt der Welt ihr helfen konnte. Sie hat sich vermutlich vor Schmerzen gekrümmt. Der Zauber wäre vollständig, wenn ich dieses Amulett verbrennen würde. Denn in Flucht zu urteilen, würde das Herz dieser Person mit dem Verbrennen des Amuletts aufhören zu schlagen. Aber sie starb, bevor ich es überhaupt verbrennen konnte. Es ist fast so, als ob ihre Gefühle für dich so stark waren, dass ich das Amulett nicht benötigte. Aber nun zu dir. Was ich jetzt tun werde, fragst du? Ich werde dich reinigen. Du wurdest von dem Schmutz dieser Welt vergiftet. Und Ich ebenfalls. Dennoch Möchte ich wenigstens dich retten. Mir ist es egal, welche Strafe auf mich wartet. Ich möchte dich retten. Da ich jetzt nicht mehr unter Gottes Schutz stehe, habe ich auch nicht mehr die Kraft, dich zu beschützen. Aber ich kann dich zu seinem Ort schicken. Das ist Reinigungswasser. Ich würde damit die Flecken von deinem Körper waschen. Und den Teufel austreiben. Hab keine Angst. Alles wird gut. Du musst einfach nur an mich glauben. Ich werde nicht zulassen, dass du weiterhin befleckt wirst. Weiche Teufel. Sei gereinigt. Weiche Teufel. Sei gereinigt. Weiche Teufel. Sei gereinigt. Oh Gott. Ich höre deine Stimme. Selbst wenn ich mit Sünden beladen bin. Bin ich es trotzdem würdig, deine Stimme zu hören? Du bist vielleicht nicht in der Lage, mich zu hören. Aber das ist egal. Ich lasse dich alles in deutlichen Worten wissen. Dieses Schwert. Laut den Aufzeichnungen im Tempel trägt es den Namen Yamutsu Hirasaka. Es kann durch alles schneiden. Und es wird dich nicht in das Land der Toten schicken. Allerdings wird es dich in das Land Gottes führen. Hab keine Angst. Übrigens. Bring deinen Entkommensversuchen nichts. Dieses Siegel hier ist dazu da, um dich zu schwächen. Alles ist in Ordnung. Du wirst nicht sterben. Du wirst dazu in der Lage sein, zu Gott aufzusteigen. Was für eine schöne Klinge. Es ist auch das erste Mal, dass ich sie sehe. Aber ich habe noch nie etwas so Wundervolles gesehen. Mit diesem Schwert werde ich dich sicher zu Gottes Thron bringen können. Deine Wange. So warm und weich. Wenn ich dich doch so berühren hätte können, bevor das alles passiert ist. Du zitterst so sehr. Alles ist gut. Du musst keine Angst haben. Du wirst bald gerettet sein. Diese müden Augen. Deine dreckigen Lippen. Du hattest die Macht dazu, mich in den Wahnsinn zu treiben. Ich werde in der Lage sein, das für immer zu haben. Du sagst, das sei nicht das Problem. Mache ich etwas falsch? Ah. Nun verstehe ich. Du hast Angst, allein zu gehen, oder? Aber keine Sorge. Ich komme gleich nach dir. Deswegen sage ich... Träume, was Süßes. Ich habe nur einen Fluch auf sie gelegt. Ein Mädchen wie ich, das nicht länger unter Gottes Schützender Hand leben kann, hat keine andere Wahl, außer solche Dinge zu tun. Also mit dem verbotenen Handeln und sowas. Das Siegel auf dem Amulett, welches ich benutzt habe, ist immer noch nicht verschwunden. Wenn ich es benutze, kann ich die verfluchte Person denselben Schmerz spüren lassen, den ich spüre. Das Leiden, das ich durchmachen musste, als ich mich von Gott abgewendet habe, den Schmerz, den Schmerz, den ich fühlte, als du mich betrogen hast. Was ich gefühlt habe, als ich dich betrogen habe, war mein Hass gegen Aya Makuji. Wenn ich diesen Schmerz zusammenzähle, werde er über die Person herfahren, die ich ausgewählt habe. Es sollte ziemlich schmerzvoll sein, oder? Sie wissen, dass kein Arzt der Welt ihr helfen konnte. Sie hat sich vermutlich vor Schmerzen gekrümmt. Der Zauber wäre vollständig, wenn ich dieses Amulett verbrennen würde. Denn in Flucht zu urteilen, würde das Herz dieser Person mit dem Verbrennen des Amuletts aufhören zu schlagen. Aber sie starb, bevor ich es überhaupt verbrennen konnte. Es ist fast so, als ob ihre Gefühle für dich so stark waren, dass ich das Amulett nicht benötigte. Aber nun zu dir. Was ich jetzt tun werde, fragst du? Ich werde dich reinigen. Du wurdest von dem Schmutz dieser Welt vergiftet. Und ich ebenfalls. Dennoch möchte ich wenigstens dich retten. Mir ist es egal, welche Strafe auf mich wartet. Ich möchte dich retten. Da ich jetzt nicht mehr unter Gottes Schutz stehe, habe ich auch nicht mehr die Kraft, dich zu beschützen. Aber ich kann dich zu seinem Ort schicken. das ist Reinigungswasser. Ich werde damit die Flecken von deinem Körper waschen. ein Mädchen wie ich, das nicht länger unter Gottes Schützende anleben kann, hat keine andere Wahl, außer solche Dinge zu tun. Also mit dem verbotenen Handeln und sowas. Das Siegel auf dem Amulett, welches ich benutzt habe, ist immer noch nicht verschwunden. Wenn ich es benutze, kann ich die verfluchte Person denselben Schmerz spüren lassen, den ich spüre. Das Leiden, das ich durchmachen musste, als ich mich von Gott abgewendet habe, den Schmerz, den ich fühlte, als du mich betrogen hast, was ich gefühlt habe, als ich dich betrogen habe, und mein Hass gegen Ayanokuchi. Wenn ich diesen Schmerz zusammenzähle, werde über die Person erfahren, die ich ausgewählt habe. Es sollte ziemlich schmerzvoll sein, oder? Sie wissen, dass kein Arzt der Welt ihr helfen konnte. Sie hat sich vermutlich vor Schmerzen gekrümmt. Der Zauber wäre vollständig, wenn ich dieses Amulett verbrennen würde. Denn in Flucht zu urteilen, würde das Herz dieser Person mit dem Verbrennen des Amuletts aufhören zu schlagen. Aber sie starb, bevor ich es überhaupt verbrennen konnte. Es ist fast so, als ob ihre Gefühle für dich so stark waren, dass ich das Amulett nicht benötigte. Aber nun zu dir. Was ich jetzt tun werde, fragst du? Ich werde dich reinigen. Du wurdest von dem Schmutz dieser Welt vergiftet. Und ich ebenfalls. Dennoch möchte ich wenigstens dich retten. Mir ist es egal, welche Strafe auf mich wartet. Ich möchte dich retten. Da ich jetzt nicht mehr unter Gottes Schutz stehe, habe ich auch nicht mehr die Kraft, dich zu beschützen. Aber ich kann dich zu seinem Ort schicken. Das ist Reinigungswasser. Ich würde damit die Flecken von deinem Körper waschen und den Teufel austreiben. schicken. Ich schicken. schicken. Ich schicken. Vielen Dank.